Hi, hier ist wieder Sven aus der Region Hannover und ich möchte euch heute noch mal was erzählen zum Thema Technikeinsatz auf unserem Betrieb. Wir haben ja einiges an Technik zu bieten, gerade im Milchbereich, auf unserem Landwirtschaftsbetrieb und versuchen da natürlich stetig weiterzukommen und gerade für die Tiere deutliche Verbesserungen zu erreichen, für den Landwirt als solches natürlich auch. Wir wollen versuchen, unseren Arbeitsplatz interessanter zu machen und für die Tiere natürlich ein besseres Umfeld zu schaffen. Und das möchte ich euch heute noch mal zeigen, was wir da machen und wie wir das alles machen. Hier sind wir aktuell wieder bei unserem Melkroboter. Es melkt gerade die Kuhnummer 133. Man kann genau sehen, drei Viertel sind schon fertig gemolken, ein Viertel hängt noch dran und melkt noch. Das ist für das Tier super angenehm, sie wird nicht überstrapaziert, ein Viertel melkt einfach weiter und es ist für das Tier schon. Das ist nicht die einzige Technik, es ist noch verknüpft mit meinem Handy. Was da alles so passiert, zeige ich euch jetzt. Wir waren ja eben stehen geblieben bei der weiteren Technik. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie das Ganze mit meinem Handy funktioniert. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Hier sind unterschiedlichste Apps, zum Beispiel die Kau. So kann ich jede einzelne Kuh suchen und mir verschiedenste Parameter und Daten von der Kuh anzeigen lassen. So zum Beispiel die Kuh Nummer 72. Ich nehme sie jetzt mal als Beispiel, weil sie heute Morgen eine Brunst hatte. Man sieht auch, null Tage besamt, das heißt, sie ist heute besamt worden. Man kann das ganz gut sehen in einer Grafik. Das Tier hat um den Hals natürlich ein Halsband und in diesem Halsband ist eine Aktivitätsmessung integriert. Hier sieht man zum Beispiel diesen langen Ausschlag. Ganz außen ist halt der heutige Tag und eine erhöhte Aktivität. Die hat heute gebullt. Das Halsband misst das und schickt mir eine Nachricht aufs Handy und sagt, dieses Tier ist brünstig. Bitte besamen. Das haben wir natürlich gemacht. Gar kein Problem. Und nichtsdestotrotz, mit der ganzen Technik läuft das alles super. Wir können handeln und haben die Tiere mit dem Smartphone im Blick. Nichtsdestotrotz findet meine Arbeit natürlich weiterhin hier im Stall statt. Und das Wichtigste ist, dass mein menschliches Auge immer dabei ist und alles kontrolliert und überprüft. Die moderne Technik hilft uns super weiter, die Kühe noch besser zu kontrollieren und auch alles versuchen im Griff zu behalten. Aber unsere technische Arbeit findet weiterhin im Stall statt und muss mit der technischen Unterstützung weiterhin stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.